Für die Schützen wird dieser Sommer ein einziges Fest, eine Party und Sie nicht dabei, dass wir das diesen Sommer nicht geben. Sehen Sie diesen Sommer mit einer ordentlichen Portion Leichtigkeit, denn Saturn hat noch einmal ihr Zeichen verlassen, ist zurück in den Skorpion, aber ab September kommt er in das Schützezeichen und wird in den nächsten ein, zwei Jahren unsere Schützen überprüfen, aber auch das wird positiv, denn Sie haben die Chance zu gestalten, umzustrukturieren und Neues zu beginnen. Und Jupiter wird Ihnen ohnehin den reiselustigen Schützen eine ordentliche Portion positive Einstellung noch liefern, denn der Jupiter geht ab dem 11. August in das Zeichen der Jungfrau und wird sich hier ordentlich positiv unterstützen. Also nützen Sie diesen wunderbaren Sommer, er wird ganz nach Ihrem Geschmack und ab Herbst heißt es dann an die Arbeit und ran ans Umgestalten. Viel Spaß und viel Erfolg!